Musik Applaus 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 Was ein fettes Moped hier. Ich bin wirklich ehrfürchtig. Backstage ist einfach größer als meine Wohnung. So, die Zeit, die drängt ein bisschen, deswegen keep it simple and short. Ich habe in Bezug auf den ganzen Diskurs um Rassismus eine Streiterei gehabt. Eine Option war, die Person zu schlagen, die anderen Texte schreiben. Ich habe mich für das Vernünftige entschieden. Applaus Applaus Ich habe beides gemacht. Jetzt wüsste er Gas geben. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten Poetry Slam. Kennst du das? Wenn du an deiner Haustüre stehst, dieses Ungetüm aus Stahl und Beton und du nach links schaust und das sind 200 Klingelschilder. Kennst du das? 200 Menschen oder mehr eingepfercht auf wenige Quadratmeter umgeben von Wänden, durch die du hindurch mit dem Nachbarsug und deine Witze machst. So dünn sind sie. Kennst du das? Eine Tür mit 200 Klingelschildern, 200 Menschen oder mehr und alle Namen klingen gleich. Shahin, Eschami, Skuntana. Herzlich willkommen beim Poetry Slam. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten. Dieser Text hat keine Lösung. Dieser Text will problematisch sein. Dieser Text will toxisch sein. Dieser Text hat keinen Anspruch darauf, vogue zu sein. Ich stehe hier auf der Bühne in einer Stadt, in der die Türen zum Teil eine Klingel haben. Hier zumindest. Unter dem fettigen Licht der Laternen eingelassenen Fassaden voller Wärme, zwischen Altbau und Neuwagen. Auf den klammen Brettern dieser Bühne stehe ich und lese einen Text vor und rede vom fettigen Licht der Laternen. Vom fettigen Licht der Laternen. Wenn ich das meinen Jungs vorlesen würde, würden die sagen, was für fettiges Lichtland. Das ist einfach gelbes Licht, du Opfer. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten Poetry Slam. Sie gehen auf die Bühne und der Wettbewerb beginnt. Der Poetry Slam Day in der Elbphilharmonie. Oder anders. Wer, liebe Stadt Hamburg, wer ist dieses Mal die beste weiße Person? Wer macht den besten Text über die Hässlichkeit des Rassismus? Über Frontex? Wer verurteilt am lautesten, dass diese eine andere weiße Person es gewagt hat, Dreadlocks zu tragen? Versteht mich nicht falsch, ich bin auch dagegen, dass weiße Dreadlocks tragen. Allerdings vor allem deswegen, weil es unnormal scheiße aussieht. Aber Moment mal, darf ich überhaupt was dazu sagen? Ich bin ja gar nicht schwarz, ich bin braun. Oder noch besser, ich bin POC. POCs den Raum geben, von den Erfahrungen zu sprechen, sagen sie. Ich habe meine Privilegien gecheckt, sagen sie. Dass Niki Minash dieses japanische Kostüm anhatte, finde ich nicht in Ordnung, weil Niki Minash ist ja gar nicht wirklich aus Japan, sondern aus Trinidad und Tobago und da sieht die Kleidung aus anders als in Japan, sagen sie. POC, sagen sie. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, Jungs, hört auf die Almans mit irgendwelchen Grasorten zu verarschen, die es gar nicht gibt. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten POC-Slam. Ich gehe zu meiner Mutter und berichte voller Stolz, dass die Leute in Düsseldorf und Duisburg angefangen haben, ihre Privilegien zu checken. Wir sind mehrfach marginalisiert, Mama, sage ich. Ich geb dir gleich mehrfach marginalisiert, sagt sie. Sprache schafft Realität, sagen sie. Zu Wort kommen lassen wollen sie uns, wer auch immer das ist. Die Kennex an der Onero, die Kennex an der Ecke, die sich beim Friseur die Seiten auf Kontostand rasieren. Ich nehme meinen Freund mit zum Friseur. Er war schon mal in Duisburg-Marxloh, sagte er. Und ich bemerke seine Sprachlosigkeit. Sehe, wie seine unsicheren Augen an den Gesichtern dieser Menschen haften. Sehe Verlegenheit. Ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, denke ich, während mein weißer Bruder am Tee nimmt und sich die Lippen verbrennt. Opfer. Wir gehen in den Friseurladen. Salam alaikum, sagen Augenpaare. Wa alaikum salam, sage ich. Sagt mein weißer Bruder. Er zerreibt die Worte im Mund zu Brei, so wie es richtig ist. Und dennoch merke ich, wie unsicher er ist. Ich lege ihm die Hand aufs Knie und sage, Mashallah, Bruder, wenn du so weitermachst, nächste Woche fette Kanacken-Hochzeit. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten Poetry-Slam. Sprache schafft Realität, sagen sie. Kurz nach Ende der Seminars auf den harten Bänken der Kantine. Sensible Sprache, sagen sie. Das ist der erste Schritt. Und sie denken, sie machen das für mich? Wer auch immer das ist. Der Kanacker an der Uni oder der Kanacker an der Ecke, der sich beim Friseur die Seiten auf Kontostand rasiert. Kennst du das? Wenn du an einer Haustüre stehst, dieses Ungetüm aus Stahl und Beton und du nach links schaust und da sind 200 Klingelschilder. Ein Name dieser Klingelschilder steht heute hier. Was bringt euch meine Betroffenheit? Glaubt ihr, dass ich, weil ich sie habe, Recht habe? Ich bin sprechberechtigt, sagen sie. Wisst ihr, was das Problem ist? Nicht meine Geschichte, nicht mein Problem, nicht meine Lösung, sondern die 200 Namen auf den Klingelschildern. Nicht der eine Name, die 200 Namen. Diesen das Problem. Sie wünschen sich einen diskriminierungsfreien Kapitalismus. Sie wünschen sich, dass Leute wie ich, wer auch immer das ist, in den Konzernvorständen sitzen. In den Konzernvorständen, denen die Häuser mit den Klingelschildern gehören. Sie wollen so lange und so intensiv ihre Privilegien checken, bis alle, wirklich alle die Chance bekommen haben, ausgebeutet zu werden. Ein Problem, eine Lösung, sechs Minuten. Realitätsschaftssprache. Ich stehe hier vor dem Haus, in dem sich ein Junkie die letzte Spritze in den Arm rammt. Du findest, das ist Pathos, ich finde, das ist Dienstag. Ich stehe vor dem Schrank mit den Sachen von der Caritas. Ich stehe neben meiner Mutter, der die Hände immer zittern, wenn sie mit der Ausländerbehörde telefonieren muss. Ich stehe auf der Bühne und sage, Realitätsschaftssprache. Ich will meine Geschichte nicht erzählen. Ich bin ein Name der 200 Klingelschilder. Mein Name tut überhaupt gar nichts zur Sache. Die Sache ist die, sie tun so, als wäre Sprache die Lösung. Als ging es darum, dass der scheiß Fascho-Opa mich gestern als Molucken bezeichnet hat. Der Fascho-Opa lebt in einem System, welches Rassismus produziert. Denn für ein Haus mit 200 Klingelschildern braucht es eine Erklärung. Und die Erklärung ist meistens, die haben nichts, weil die schmarotzen, weil die faul sind. Ihr holt die Leute nicht hinter den Klingelschildern hervor, wenn ihr den einen Namen zuhört. Ihr holt sie aus dem Haus, wenn ihr versteht, dass sie Geschichten keine Geschichten, sondern System sind. Ein Problem, eine Lösung. Und die Lösung heißt Klassenkampf. Dankeschön. Vielen Dank.